Salut zusammen und herzlich willkommen bei SW-Content. Ich habe es euch versprochen, ich werde eure Fragen beantworten als Special-Video in diesem Sinne für 3000 Abonnenten nochmal. Vielen Dank für den wertvollen Support hier aus der wunderschönen Schweiz. Eine kleine Ecke hier vom neuen Ausbildungsgelände, wo ich eigentlich das ganze Wochenende verbracht habe. Zu euren Fragen, ja es kamen Fragen, ich habe mir ein paar ausgewählt, ich werde die vorlesen. Da kamen Fragen unterhalb vom YouTube-Video, jedoch auch via Instagram, Facebook-Nachrichten, die eine oder andere sogar via E-Mail. Haut rein, ich lese eure Anliegen und bin da motiviert, euch entsprechend Antwort zu geben. Ja, erste Frage, mich würde interessieren, welche Kampfsportarten, Kampfkünste, Selbstverteidigungssysteme du früher längere Zeit trainiert hast. Damit meint er nicht so Kurzeinheiten, sondern wirklich so ein bisschen umfangreicher und intensiver. Ja, bevor ich meine eigene Academy eröffnet habe, habe ich lange Zeit und sehr, sehr intensiv Kraft Maga trainiert. Das Selbstverteidigungssystem mit dem Ursprung aus Israel, Kraft Maga hat mich lange begleitet und ich war auch entsprechend lange beeindruckt und fasziniert von Kraft Maga. Bis heute kann man sagen, ja, auch Kraft Maga hat seine Vorteile, er hat eine Berechtigung hier zu sein. Ich habe dann erkannt, vor allem mit der praktischen Erfahrung, ja, dass es bessere taktische Vorgehensweisen gibt. Ein paar Sachen haben mir gefehlt oder aber uns gefehlt, was eigentlich dazu geführt hat, dass ich Stand heute auf die weltweit berühmte Marke Kraft Maga verzichte. Also ich verschaffe mir hier keinen Vorteil und sage den Leuten, bei uns kann es Kraft Maga trainieren. Ich verzichte auf diesen Namen, weil ich nicht mehr 100% dahinter stehen kann. Das hat aber eine lange Vorgeschichte und ich könnte es euch auch begründen. Kraft Maga ist ganz okay, aber es ist nicht das Selbstverteidigungssystem, so wie ich mir das vorstelle. Neben Selbstverteidigung habe ich lange Zeit Kickboxen trainiert. Also Wettkampf, Kampfsport, Vollkontakt, Kickboxen. Mit diesem Produkt habe ich meine Bedürfnisse nach Kampfsport im Bereich Standkampf befriedigen können. Und ich habe auch lange Zeit BJJ trainiert, also den Bereich Bodenkampf. Das waren so die drei Sachen, die ich vor meiner eigenen Academy wirklich für lange Zeit trainiert habe. Und die prägen mich halt irgendwo durch noch heute. Im Bereich Standkampf habe ich ja dann gewechselt nach verschiedenen Produkten und Schulen zum heutigen System. ACDS, ACDS Urban Ambo Combat and Defense System. BJJ mache ich auch nicht mehr. Dort habe ich gewechselt auf Luta Liefere, weil es für mich einfach realistischer und härter ist. Andy Konda, Luta Liefere aus Köln. Grüße gehen raus. Das war so ein bisschen der Wertegang. Dann der nächste Kommentar. Glückwunsch für die 3000 Abonnenten. Vielen Dank. Was wird als psychologischen Leitfaden in deinem System unterrichtet? Gibt es Schulen in Deutschland, die dein System anbieten? Grüße, Mike. Psychologische Leitfaden, die ganze Psychologie und Eigensicherheit, also der Eigenschutz, die Vorbereitung, das Ausrichten des Mindsets, die persönliche Bereitschaft, selbstbewusster werden. All diese Themen, die habe ich einfach nicht gefunden. Es war, ich habe gesucht, es gibt ein paar gute Leute, wie beispielsweise Toni Blauer, ist aber nicht in der Schweiz oder auch nicht in Europa anzutreffen, den allermeisten Fan. Auch in der privaten Sicherheitsbranche, wie auch behördlich, beispielsweise beim Militär und so in der Schweiz. Niemand konnte mir wirklich fundiert das Thema Psychologie und Eigensicherung erklären. Aus diesem Grund habe ich ein eigenes Konzept entwickelt und das ist entstanden im Rahmen meines Psychologiestudiums, weil doch ein bisschen wissenschaftlicher Hintergrund, sage ich mal, wissenschaftliches Erarbeiten doch halt irgendwo durch wichtig ist. Mein Konzept namens Emergency Circle soll aber praxisbezogen sein. Es soll eben, es soll greifbar sein. Ihr sollt das System trainieren können, so wie ihr euren Bizeps trainieren könnt, weil es generell bekannt ist, welche Übungen helfen für einen grösseren Oberarmumfang. Und so will ich die Psychologie an den Mann oder an die Frau bringen, weil Psychologie ist ein grosses Thema. Das habt ihr richtig gekannt, das muss auch so sein. Bei mir, SW muss auch in Verbindung gesetzt werden mit den wichtigen psychologischen Faktoren, wenn es um Self-Defense geht. Die Psychologie ist wie der Anlasser des Handelns. Egal ob ihr Blackbell seid von tausend Systemen, wenn ihr im Stress und der Angst nicht funktioniert, wenn ihr den Anlasser nicht betätigen könntest, eure Psyche, dann bringt euch die Physis nichts. Dementsprechend auch der Aufbau seit 2024 vom neuen System Protect Yourself, Become a Warrior, wo wir Module anbieten für die Psyche, wir bieten Module an für die Physis und wir bieten Module an im Umgang mit Equipment. Genau aus dem ist es entstanden. Gibt es Schulen in Deutschland, die das unterrichten? Es ist etwas schwierig, es gibt eine Schule in Deutschland, die ACDS unterrichtet. Da gehst du am besten mal auf die internationale Website der Ambo Group. Dann wirst du die Schule in Stolberg finden. Die kann ich sicherlich empfehlen, weil der Inhaber oder der Hauptinstruktor dort auch sehr viele Erfahrungen mitbringt aus dem realen Leben. und die Sachen nicht irgendwie erlernt wurden aus dem Theoriebuch. Die nächste Frage. Kann man sich realistischerweise waffenlos gegen einen Angreifen mit einem Messer verteidigen? Ja, kann man. Kann man. Vielleicht muss ich hier etwas mehr rausholen. Messer ist eigentlich prinzipiell die schlimmste Thematik, die es gibt. Ein Messer ist durchaus gefährlicher als eine Schusswaffe. Schaut, dass ihr Land gewinnt, wenn ihr in einem Konflikt seid mit einem Messer. Das Risiko ist viel zu groß. Jede Berührung mit einer Klinge führt zu einer Verletzung, kann zu Blutverlust führen. Das wird dann sehr schwierig, weil man ja oft keine Zeit hat, um dann auch die eigenen Verletzungen so schnell behandeln zu können, wie das nötig wäre. Messer ist schwierig. Greift die Flucht, geht weg. Wenn ihr das nicht könnt, also wenn ihr nicht flüchten könnt, beispielsweise häusliche Gewalt, enge Platzverhältnisse und so, ja, dann müsstet ihr eigentlich gut trainiert sein, vor allem eure Psyche, weil die Technik an und für sie ist gar nicht so wichtig. Bei einem Messerangriff gehe ich davon aus, dass du meinst, Angriff auf Leib und Leben, das heisst, ich bin dem Risiko ausgesetzt, dass ich sterbe oder mich schwer verletze. Dann muss eben der Anlasser aktiviert werden. Ich muss die Fähigkeit haben, von 0 auf 100 umzustellen und wir müssen wie ein Berserker auf den Gegner losgehen. Und dann ist eigentlich die Technik an und für sich, die du auswählst, gar nicht mehr so wichtig. Es muss in der Vorwärtsbewegung brachial, aggressiv und zerstörerisch sein. Dementsprechend sind die Trefferzonen, wenn du selber keine Waffe hast, geht von den Geschlechtsteilen über Hals und Gesicht. Wie ein Monster. So hast du eine Chance, einen Messerangriff zu überleben. Die ganzen technischen Feinheiten, wie du solltest die Extremität fixieren, wo der Angreif das Messer hält und so, ist zweitrangig. Du müsstest eigentlich von dir selber mehr Angst haben, als der Angreifer von dir Angst hat. Also du holst die übelste Version von dir heraus, die du gar noch nie gesehen hast. Du wusstest gar nicht, dass die existiert. Mit dieser übertriebenen Gewalt hast du eine Chance, einen Messerangriff zu überleben, wenn du keine Mittel hast, wie selben Messer, Stock, eine Schusswaffe, Armbrust oder was auch immer gut wäre gegen solche Angriffe. Übertriebene Gewalt, weil es geht um dein Leben. Da musst du vorwärts marschieren und richtig, schiess mich tot, aber richtig krank vorwärts laufen. Geschlechtsteile, Hals und Gesicht. Genau. Die nächsten Fragen, wir wechseln mal auf Instagram. Die nächste Frage, die ich ausgewählt habe, weil wir so einen gesunden Mix aus verschiedenen Themen. Was hältst du von 7 vs. Wild oder generell, was ist deine Meinung über das Thema Survival? Schwierig, da gibt es eigene Videos, wo ich darüber gesprochen habe. 7 vs. Wild, Hut ab, Respekt. Umfangreiche Produktion, sehr hohe Qualität, cool anzuschauen. Finde ich eigentlich top. Also Respekt vor dem Format, den Jungs und Mädels, die dahinter stehen. Respekt vor Fritz Meinecke, das ist ein guter Geschäftsmann auf YouTube. Ganz klar, da gibt es nichts auszusetzen. Sonst, 7 vs. Wild, ja, ich finde jetzt, die aktuelle Staffel, die verfolge ich nicht mehr so aktiv. Also für mich wird es irgendwann mal langweilig. Das war auch bei der letzten Staffel so, die habe ich gar nicht zu Ende geschaut. Die erste habe ich durchgezogen. Woran liegt es? Und das ist keine Kritik gegen 7 vs. Wild oder gegen Fritz Meinecke. Das ist meine persönliche Meinung. Für mich ein bisschen langweilig, dann das Ganze anzuschauen, weil da nicht unbedingt Experten im Bereich Outdoor-Aktivitäten, Protection Survival eingeladen werden, von denen man irgendwie noch was lernen könnte. Sondern es ist vor allem ein Format, wo große YouTuber, Influencer, Social Media Cracks, die eingeladen werden, die dann irgendwie nach einem Tag Isolation das Gefühl haben, dass jetzt vorbei ist. Und das ist für mich eher so ein bisschen eine Unterhaltungssendung und nicht wirklich so die Art und Weise von Survival, wie ich mir das vorstelle. Survival ist ja für mich vor allem Protection. Und Protection, wie ich bereits gesagt habe, sind vor allem psychische Fähigkeiten. Der Kreis schliesst sich. Und wenn man so tickt wie ich, das werdet ihr sehen ab diesem Jahr, wenn ihr da einen Teil von meinen Modulen besucht, die unter anderem hier stattfinden, werdet ihr sehen, was Survival ist. Survival ist Protection, Protection ist Survival. Survival ist Self-Defense. Self-Defense ist eine stabile Psyche, ist Mindset, ist Bereitschaft. Und dann ist Seven vs. Wild halt so ein bisschen, ja, Nicht-Comedy. Wie gesagt, es ist sicherlich hart und so, 14 Tage, aber ist jetzt nicht mein Favorit, wenn ich irgendetwas anschaue. Wenn ich mir mal Zeit nehme, dann spiele ich sowieso Escape from Tarkov. Das ist mehr Survival als Seven vs. Wild. Aber das weiss ja auch Fritz Meinecke, denn er spielt selber Escape from Tarkov. Und Escape from Tarkov hat sogar mehr damit zu tun, also hat vielleicht mehr mit Survival zu tun, als irgendwelche Fernsehsendungen. Dann kommen wir nämlich zur nächsten Frage. Du warst früher mal mehr aktiv im Bereich Gaming und Twitch, hast oft beispielsweise Escape from Tarkov gespielt. Kommt da mal wieder Content von dir dazu? Aktuell nicht. Wie gesagt, Gaming begleitet mich eigentlich ein Leben lang. Für mich ist es so ein bisschen abschalten am Abend, manchmal so ein bisschen in die Nacht rein. Kommt ganz drauf an, was Programm ist am nächsten Tag. Und wenn wir, wir sind ja ein paar Jungs, wenn wir gamen, dann versuchen wir möglichst realistisch zu gamen. Also für uns oder für mich ist Gaming halt auch irgendwie eine Form von Training. Ich bin da nicht der typische Gamer. Wie gesagt, ich habe über Escape from Tarkov gesprochen. Absolut geile Kiste. Über Games wie Ready or Not und Squad. Und ja, da waren wir auch auf Twitch. Wahrscheinlich sehr speziell. Und wir hatten auch durchaus Erfolg. Aber ich habe aktuell zu wenig Motivation und zu wenig Zeit, um mich auch noch um das zu kümmern. Weil ihr wisst, wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig. Also aktuell ist nicht in Planung, dass ihr Gameplay von mir seht, obwohl ich immer noch game, wenn ich mal Zeit habe. Taktisches Gaming ist eine coole Sache. Kann eine Trainingplattform sein. Aber ich, wie gesagt, aktuell kein grosses Bedürfnis, das mit der Welt zu teilen. So, letzte Frage. Da gehe ich noch auf eine Mail. Und dann haben wir das so ein bisschen gesunden Mix zwischen YouTube-Kommentaren, Instagram, Facebook und Mail. Hallo der Bär. Gratulation zu den 3000 Abonnenten. Dann meine Frage gerne via Mail. Was würdest du Leuten empfehlen, die keine Ahnung haben von Self-Defense oder Kampfsport und die jetzt in die Thematik einsteigen wollen, mit der Priorität besser zu werden im Bereich Selbstverteidigung? Beste Grüße und mach weiter so. Ja, wenn du keine Ahnung hast und du jetzt anfangen willst, das erleben wir ja wöchentlich bei uns in der Academy. Da kommen immer wieder neue Leute, die zu uns stossen. Ich würde es mal wirklich einfach handhaben. Mach einfach. Mach einfach. Appell an alle dort draussen. Überlegt nicht immer, ja, ist es zu krass? Bin ich zu schwach? Ist es der richtige Moment? Ja, ich starte dann nächste Woche. Ah, das geht auch nicht. Ah, die sind sicher alle besser. Blah, 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 blah. Mach einfach. Mach einfach. Probiere es aus. Niemand wird dich auslachen. Niemand wird es hinterfragen. Niemand wird dich dumm anschauen. Die Kampfsportszene ist wirklich eine sehr besonders positive Szene. Ist nicht wie im Gym, wo jeder hier sich profiliert vor dem Spiegel. Ist auch nicht überall so entspannt. Mir ist schon klar. Ey, geh einfach ins Training. Mach. Tu es. Dann wirst du Erfahrung sammeln und dann wirst du ziemlich schnell selber auch beurteilen können. Das passt mir nicht. Das passt mir mehr. Ich wechsle wieder und so. Ich spreche mit jemandem. Informationen kommen zusammen. Man tauscht sich aus. Mach einfach. Starte einfach. Trotzdem, wenn du... Und jetzt kommt etwas Spezielles. Wenn du Self-Defense erlernen möchtest, natürlich, wenn du die Möglichkeit hast, komm zu mir. Es tut mir wirklich leid. Es gibt nicht viele, die so umfangreich Self-Defense unterrichten wie wir. Komm zu uns, wenn du die Möglichkeit hast. Wenn nicht, Achtung. Anstatt, dass du irgendwie in ein komisches Self-Defense-System trainieren gehst, mach Vollkontakt-Kampfsport zum Start. Geh boxen, Kickboxen, Thai-Boxen, Mixed-Marshalers, Vollkontakt. Such dir eine Schule, die oft Sparring macht. Da wirst du viel mehr lernen, als in irgendwelchen komischen Self-Defense-Systemen, wo man sich irgendwie befreit. Blah, nicht schwitzen, nicht kämpft. Startet doch mit Kampfsport-Vollkontakt und dann könnt ihr immer noch spezifisch eure Psyche verbessern oder was auch immer. YouTube-Videos schauen von mir. So, ich denke, das reicht. Vielen Dank für die Fragen. Es hat da noch mehr. Aber ich glaube, wir lassen es mal so. Ich hoffe, das war okay für euch. Für die 3000 Abonnenten. Wir werden stetig und qualitativ grösser. Ich freue mich auf diesen Weg, wenn ich zusammen mit euch gehen kann. Vielen Dank für den Support. Take care und bis bald. Ciao zusammen.